Du und ich und der Geringste im Reich Gottes. You and I and the least in the Kingdom of God. Viele Experten und Nachrichtenkommentatoren behaupten, dass wir jetzt in einer Zeit der Neu- und Umorientierung als Gesellschaft sind. In der Tat hört man das oft heute. Nach Corona, doch mit Corona, mit der Krise in der Ukraine, mit dem Krieg und jetzt mit einem neuen König in Großbritannien, mit Sorgen um die Umwelt, mit Sorgen um Umweltkatastrophen, Umwetter, mit Sorgen um steigernde Inflation und Ängste um die Energieversorgung im Winter. Es stellt sich allgemein die Frage, sind wir als Gesellschaft wirklich auf dem richtigen oder auf dem ganz falschen, verkehrten Weg? Menschen in Israel damals, in unserem Predigtext heute, suchten auch nach Neuorientierung, nach einigen einschneidenden Ereignissen. Johannes der Täufer, damals mit großem Zulauf von Jüngern, verliert Jünger an Jesus. Dann wird Johannes plötzlich von König Herodes wegen seiner kritischen Worten gegen ihn eingesperrt. Was ist wahr? Wie geht's weiter? Johannes Jünger sind wir. Dann wird Johannes plötzlich vom König Herodes auch wegen seiner kritischen Worten gegen ihn eingesperrt. Die sind wir, weil Johannes es selbst auch wissen will. Was ist, wenn Johannes, ihr Meister und Lehrer, nie aus dem Gefängnis herauskommt? Was ist, wenn König Herodes ihn töten lässt? Ist ihre Hoffnung dann vorbei? Oder ist damit alles verloren, was sie von Johannes über Gott und seinen Plan für Israel, Gottes Volk, vorhat? Immer mehr Menschen gehen von Johannes weg und schließen sich Jesus an. Ist das richtig? Und soll Gottes Reich so, Königreich so werden? Johannes hat gefastet und auf viele schöne Sachen im Leben verzichtet. Aber Jesus feiert so mit reichen, korrupten Söldnern Feste. Kann das einmal richtig sein? Johannes sitzt immer noch im Gefängnis. Soll man doch lieber für ihn beten? Ist Johannes wirklich der Richtige? Ist Jesus wirklich der Richtige? Oder soll noch ein anderer nach ihm kommen? Noch kommen. Johannes der Täufer ist auch nur ein Mensch, so wie du und ich. Im Gefängnis, wo man auch ganz gewiss und sicher ist, auch eventuell auch Zweifel haben kann, denkt Johannes vielleicht, dass Jesus sich gleich als König und Messias zeigt und bald gekrönt wird. Doch es verläuft alles anders, als er wartet mit Jesus. Obwohl Johannes der Täufer einige Monate im Gefängnis gehalten wird und vielleicht einmal auch down sein könnte, zweifeln hier auch seine Jünger. Sie sind noch vor Jesus nach ihm nachgefolgt und sie folgen ihm immer noch nachher. Obwohl Johannes im Gefängnis ist und Jesus, der König, über den Johannes auch vorher gesprochen hat, schon da ist, Johannes' Jünger erzählen ihm alles, was sie über Jesus gehört haben. Aber sie sind immer noch verunsichert. Johannes, wenn er auch selber auch mehr Klarheit braucht, schickt sie direkt zu Jesus. Das ist schon mal gut. Johannes' Jünger stellen nämlich Jesus eine direkte Frage und eine Bitte. Bitte. Bist du es? Einige Menschen fragen sich vielleicht auch in dieser Zeit, in unserer Zeit des Umbruchs, in den nächsten Wochen und Monaten im neuen Semester hier in Tübingen, was wir auch von Gott denken. Bekommen sie bei uns eine zufriedenstellende Antwort? Suchen diese Menschen aber nur eine leichtfertige Antwort? Oder wollen sie wirklich mehr über Gott wissen? Manche glauben vielleicht nicht, was wir ihnen über Gott erzählen. Sie haben vielleicht noch Zweifel und Unsicherheit. Sie sehen unser Leben oder das Leben von anderen sogenannten Christen und stellen manchmal fest, dass alles mit uns nicht in Ordnung ist. Wenn man Christ ist, dann hat man nur Probleme. So denken sie, wenn Johannes über Jesus, Gottes König, so gesprochen hat und doch selber doch nur am Ende im Gefängnis landet, was kann das dann über die Botschaft, über diesen König heißen? Das entspricht nicht unseren Vorstellungen von Gottes Königreich und von Messias, Gottes Königreich, wenn selbst seine Boote auch ins Gefängnis landet, oder? Wie kann das mal gut und richtig sein? Deshalb schickt Johannes seine Leute direkt zu Jesus hin, zu Jesus selbst. Sie sollen ihn schauen, hören und feststellen können, dass er es wirklich ist. Die Jünger von Johannes dem Teufel stellen Jesus direkt diese Frage. Bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Alle fragenden, zweifelnden Menschen in dieser Zeit sollen wir deshalb auch direkt zu Jesus schicken, dass sie ihn selbst für sich fragen, ob er wirklich Gottes Sohn und ihr Retter ist. Es ist wichtig, was wir als Christen glauben und meinen. Nein, unsere Erfahrungen und Zeugnis von Jesus Christus. Aber es ist auch wichtig, dass wir Menschen immer wieder, immer direkt weiter zu Jesus direkt schicken. Geh hin und frage ihn doch selbst, ob er wirklich Gott ist, ob er wirklich dir helfen kann oder nicht. Nun, wie schicken wir einen Menschen direkt zu Jesus? Wir können suchenden Menschen ermutigen, mit Jesus selbst im Gebet zu reden. Wir können auch selbst auch als suchende, zweifelnde Menschen immer beten, Herr, wenn es dich gibt, wirklich gibt, dann hilf mir, zeige mir, mach mir bitte einige Dinge in meinem Leben klarer. Aber dann sollen wir für seine Antwort und sein Wirken in unserem Leben offen sein. Doch Jesu Jünger, Jesu Wunder sprechen auch schon für sich. In Vers 21 unseres Predigtextes lesen wir, Jesus heilte damals gerade viele Leute von Krankheiten und schlimmen Leiden. Er bereitete Menschen, befreite Menschen von bösen Geistern und gab vielen Blinden das Augenlicht. Letzte Woche haben wir sogar gelesen in unserem Predigtext vorher, in Lukas 7, wie Jesus einen toten, jungen Mann, nein, sogar vom Tode, auferweckt hat. Jesus gibt den Boten von Johannes seinen Jüngern auch eine interessante Antwort. Sie sollen Johannes im Gefängnis von allen Dingen berichten, die sie bei Jesus gesehen, gehört und erlebt haben. Sie sollen mit ihrem Lehrer die Antwort teilen, die sie herausbekommen, solange sie bei Jesus sind. Was gibt es alles nun bei Jesus zu sehen und zu erleben? Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Alle solche Wunder, die hier Jesus schon in Vers 22 aufzählt, sind Erfüllung der biblischen Weissagungen, was wir auch vorher auch in unseren Bibellesungen aus dem Jesaja-Buch gelesen haben. Also, wenn es um Zweifel und Enttäuschung geht, sogar auch von Johannes, jemand, der es sogar auch anderen von ihm erzählt, gibt Jesus hier keine leeren Versprechungen, Verheißungen, keine leeren Verheißungen, sondern eindeutig beobachtbare, spürbare Beweise. Beweise, die den vorhergesagten, vorausgesagten Dienst des Messias widerspiegeln. Das ist genau alles, was die Bibel schon im Voraus über das Leben von Jesus und Gottes kommenden König gesagt hat. Genau das haben sie bei Jesus gesehen und erlebt. Also, es gibt keinen Grund mehr, daran Zweifel zu haben, was Johannes schon gesagt hat, auch wer Gottes König ist und was er tut. Gott wird wirklich sein Volk durch diesen Menschen Jesus retten und helfen. Menschenleben werden durch Jesus total verändert und erneuert. Gott macht wirklich mit ihm Programm. Das soll Johannes Jünger verstehen und weiter erzählen. Johannes, es hat sich alles bestätigt, was du uns früher über den Messias und König gesagt hast. Es hat sich alles erfüllt, was die Bibel über Gottes König auch gesagt hat. Jetzt endlich haben wir keinen Zweifel mehr, weil wir es selbst erlebt haben. Was Jesus tut damals, aber auch heute unter uns ist eine gute Nachricht, die wir auch mit fragenden, aber auch unsicheren, zweifelnden Menschen in unserer Umgebung teilen und mitteilen sollen. Die großen Dinge, die Jesus tut, sind keine Zufälle oder Glück, sondern Erfüllung von Gottes Wort schon im Alten Testament über ihn als den kommenden Messias und König. Jesus möchte auch nicht, dass Entmutigung und Zweifel Johannes umgarnen und ihn oder uns heute auch in eine Falle der Versuchung locken, wenn wir viele Gründe sehen, auch den Veränderungen in unserer Welt negativ gegenüberstehen. Jesus verachtet nicht. Jesus macht Johannes kein Millimeter dabei schlecht, sondern hinterfragt, wie immer, die Erwartungen der Menschen seiner Zeit, wie auch heute, wenn alles viel im Wandel ist. Nun, die Frage an uns, die Frage an suchenden Menschen heute ist, Führen unsere Zweifel und Unsicherheit im Leben über Gott und über uns selbst uns von Jesus weg oder weisen sie uns auf Jesus weiterhin? Viele Menschen zur Zeit von Johannes und Jesus haben wohl einen anderen Elie oder einen anderen Messias erwartet, als sie es mit Johannes und Jesus bekommen haben. Sie haben einen großen Messias erwartet, der einen militärischen Sieg über die Römer schafft und sein Weltreich mit Macht und Herrlichkeit in Jerusalem gründet. Johannes der Täufer hat den Menschen auch klar gepredigt und den Weg für Jesus bereit gemacht. Aber im Gefängnis erwartet und leidet er als ein gerechter Mann. Wird Jesus ihn aus dem Gefängnis herausholen? Die Bibel sagt uns nicht ausdrücklich, dass Johannes der Täufer so großen Zweifel hatte. Aber für ihn, aber auch vor allem für seine Jünger ist die Frage, ist Jesus wirklich der König und Messias, auch wenn alles nicht wie erwartet abläuft? Am Ende rettet Jesus ihn doch nicht aus dem Gefängnis. Es stirbt Johannes der Täufer im Gefängnis durch das Schwert vom König Herodes. Was haben wir auch für Erwartungen von Jesus in unserem Leben? Bedeutet unser Glaube an ihn, dass wir keine Schwierigkeiten im Leben haben werden oder nie für unseren Glauben leiden müssen? Wenn wir Fragen im Leben und Glauben haben, hat Jesus keine Angst davor, weil er selbst die Antwort hat und selbst die Antwort ist. Durch seine Jünger lässt Jesus Johannes dem Täufer sagen, du kennst doch die Bibel, was es über den Messias und König sagt. Das passiert alles zusammen, was die Bibel über mich sagt und was ich tue. Jesus ist immer noch König und immer noch der Messias, auch wenn er Johannes nicht aus dem Gefängnis hilft und sein Leben auch nicht besser macht und es mit ihm kein Happy End gibt. Jesus ist gerade trotz dieses Leidens, trotz seines eigenen Todes für uns am Kreuz, Gottes Sohn, auch trotz Ungerechtes, Unerwartetes, was in unserem Leben passiert. Die Bibel versteckt uns diese Botschaft nicht. Johannes predigt Gottes kommende Gericht und zeigt den Menschen damals, dass sie jemanden mehr bräuchten als nur sich selbst. Gerade Jesus zeigt ihnen Gottes Liebe und Erbarmen, dass sie sie brauchten. Aber einige Menschen damals und auch heute noch, wie die Gesetzeslehrer und Pharisäer damals lehnten, beide Botschaften, beide Gottesangebote der Gnade damit ab. Oft vergleichen wir uns selber mit anderen Menschen. Aber manchmal stimmen sie gar nicht, diese Vergleiche gar nicht, wenn wir uns selbst nicht kritisch sehen und anderen in Wirklichkeit auch nicht kennen würden. Jesus sieht hier mehrere Vergleiche über Menschen. Zuerst vergleicht Jesus Johannes mit allen anderen Menschen. Johannes ist der bedeutendste Mensch von allen, weil er das Kommen von Jesus ankündigt und Menschen auf Jesu Kommen vorbereitet. Aber dann macht Jesus dann dabei hier einen erstaunlichen weiteren Vergleich. Johannes mit den Menschen, mit den Menschen seines Reiches, die an ihn glauben, die Jesus nachfolgen, schon zu seiner Zeit, aber auch bis heute. Vers 28. Inwiefern sind sie damals, aber auch wir auch heute, als Jesu Jünger Nachfolger, größer als Johannes dem Teufel? Ein erstaunlicher Vergleich, weil sie, weil wir sehen und erleben, beziehungsweise glauben, das Richtige, was Jesus wirklich am Ende tut und ist und ist und gestorben, nämlich für unsere Sünden, begraben, vom Tode auferstanden und verheißt, wieder zu kommen. Sein Reich ist schon gekommen und kommt doch noch. Dann vergleicht Jesus hier die Menschen seiner Zeit und Generation in Israel. Einmal das Volk, das an Johannes glaubte, das vorbereitet auf Jesu Kommen und Menschen damals, die Johannes' Zeugnis im Unglauben nicht annahmen, die auch Jesu wirken, trotz vieler Wunder, auch nicht annahmen. Jesus schließt dabei diese Vergleiche hier der Generationen mit Vers 35. Dort heißt es, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von all ihren Kindern. Was heißt das? Es wird sich nämlich klar zeigen, was Unglauben und was Glauben bedeutet im Blick auf Jesus. Der Weise ist, der an Jesus glaubt, der bereit ist für sein Kommen, der ihm nachfolgt. Aber auch wenn man in dieser Welt, auch in der heutigen Gesellschaft bei uns auch nichts gilt, ist in diesem, auch jemand in diesem Leben keine Vorteile, große Vorteile hat, wie die verstorbenen Königin von Großbritannien, die aber selbst von ihrem Leben, es wird klar, was sie für ein Mensch war, welches Zeugnis sie für Jesus und sein ewiges Reich nach 70-jährigem Regieren abgibt oder nicht abgibt im Unglauben. In Jesu ewigen Reich wird die verstorbene Königin nur eine Gerettete unter vielen sein, nicht mehr, nicht weniger. Sie wird ihren Lohn für ihren Glauben haben, aber Rang, Titel und Position spielen dann keine Rolle mehr, weil alle Blicke auf den König der Könige gerichtet werden. Billie, eine liebevolle christliche Frau, wird einmal krank mit einem Hirntumor, aber trotz vieler schweren Zeiten wird sie einmal wieder gesund. Aber dann kommt der Hirntumor zwei Jahre später zurück. Hat sie Fragen manchmal über ihren Glauben an Jesus? Natürlich, aber Billys Glaube wächst aber noch stärker, dass Jesus wirklich echt ist. Gottes Sohn und ihr Retter. Jesus ist nicht nur einfach der Christus und Retter, den sie erwartet, sondern viel besser, größer als alle Umstände im Leben, die uns sicher machen können. Vieles passiert uns und auch an einem anderen Christen etwas vielleicht Schlimmes und wir fühlen uns dabei manchmal in dieser Situation enttäuscht. Wir denken, das war aber nicht, was ich für einen echten, gläubigen Menschen erwartet habe. Wo war dann Gott? Aber am Ende stirbt Johannes der Teufel im Gefängnis. Ganz allein, aber Jesus stärkt ihn davor mit diesem Wort, dass er noch am Wirken ist, dass Gott sich alles mit seinem, mit Jesu, auch mit Johannes Leben erfüllt, wie geplant. Bleiben wir treu im Glauben an Jesus, wenn wir hören, was er macht, dass er auch mit anderen am Wirken ist? Johannes bereitet die Menschen in Israel damals auf das Kommen von Jesus. Dafür aber muss er auch leiden. Gott gebraucht uns auch, Menschen auch auf Jesus vorzubereiten. Aber das ist nicht immer leicht, bedeutet auch manchmal Leiden für uns. Aber wenn Jesus in ihrem Leben und auch in unserem Leben wirkt, werden manche Fragen beantwortet. Aus früheren Zweifeln wächst Vertrauen. Jesus verändert Menschenleben nicht immer, wie sie erwarteten, aber er verändert sie trotzdem. Einmal kommt er wieder, diese Welt und die Menschen zu richten. Vielleicht denken manche Leute, deine Meinung über Gott ist nicht, was ich erwartet habe. Es geht gar nicht um unsere Erwartung, sondern um die Wahrheit. Glaube bedeutet ein Leben im Vertrauen auf Jesus. Gott verspricht uns aber jedoch nicht immer Antworten jetzt auf all unsere Fragen. Gott verspricht uns jetzt nicht ein Leben ohne Stress, ohne Schwierigkeiten, Risiken und Gefahren. Er verspricht und schenkt uns sich selbst mit allen Gefahren und Risiken. Er stärkt unseren Glauben trotz unserer Zweifel und auch in unseren Unsicherheiten. Jesus sagt den Jüngern von Johannes, schaut um euch herum und entscheidet euch, was seht ihr denn? Sind nicht die Blinden sehen geworden? Fragt euch Menschen, die früher zu der Wahrheit über Jesus blind waren, deren Augen aber Jesus geöffnet hat. Jesus entspricht nicht immer den Erwartungen von Menschen, aber er sagt hier Johannes dem Teufel, seinen Jüngern und uns heute, dass er wirklich der König der Messias ist. Einmal sagt jemand in einem Bibelkreis, ja, wenn Gott echt so einen Betrunkenen von der Straße über Nacht bekehren und verändern würde, dann würde das uns ganz davon überzeugen, dass er am Wirken ist. Aber ihr Pastor erinnerte diese Leute im Bibelkreis an Bob. Bob war nämlich früher Alkoholiker. Er verlor seine Arbeit, seine Familie, auch seinen Ruf in seinem Dorf durch seinen Alkoholismus. Aber dann kam ein neuer Pastor in seine Kirche, in seinem Dorf, der Bob befreundete. Und durch den Einfluss dieses Pastors ging Bob zu den Treffen vom Blauen Kreuz. Und bald wurde er immer nüchtern, ohne Alkohol. Nach drei Jahren hat er wieder Arbeit gefunden, kehrte zu seiner Familie zurück, ging wieder in die Kirche regelmäßig. Und dann zehn Jahre später war er sogar ein Leiter in seinem Dorf, in seiner Gemeinde und er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Gott hat in seinem Leben durch die Jahre gewirkt. Aber die meisten Leute hatten das übersehen und vergessen. Jesus hat ihn vollkommen gerettet von seinen Sünden und schlechten Gewohnheiten in seinen Beziehungen, in seiner Arbeit und so weiter. Wenn Schweres in unserem Leben kommt, dann können auch Zweifel und Fragen auch in unsere Gedanken kommen. Wenn es echt Gott gibt, warum passiert mir so etwas? Wenn Jesus mich liebt, warum fühle ich mich so alleine? Was ich getan habe, was habe ich getan, um dieses zu verdienen? Lohnt es sich echt so zu glauben? Der Psalmist stellt solche Fragen, nämlich am Anfang von Psalm 10, Vers 1. Dort heißt es, warum bist du so weit weg, Herr? Du verbirgst dich doch vor uns. Wir sind vor Elend am Ende. Aber Jesus gibt hier die richtige Reaktion zu diesen Zweifeln. Nur die Fakten. Schaut mal alles, was ich schon mal getan habe, gemacht habe. Wenn wir Zweifel in unseren Gedanken haben, dann sollen wir auch schauen, was Jesus schon in unserem Leben bis jetzt gemacht hat und auch wir schauen, was die Bibel uns über Jesus sagt. Er ist der einzige Weg in den Himmel. Johannes 14, Vers 6. Wenn wir zweifeln, ob er mit uns, mit unseren Finanzen helfen kann, dann schauen wir uns Gottes Verheißung in Philippa 4, Vers 19. Dort heißt es, Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, auch so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Oder wenn wir zweifeln, ob Gott uns in irgendeiner Situation bei der Arbeit helfen kann, schauen wir uns seine Verheißung in Philippa 4, Vers 13. Allem bin ich gewachsen, durch den Jesus, der mich stark macht. Du zweifelst, dass er immer bei dir ist, immer mit dir ist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 18, Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Du denkst, dass Jesus nie wiederkommt? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 3, Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr sicher seid und damit ihr dort seid, wo ich bin. Wenn Zweifel kommt, wende dich immer zu Jesus, denn er richtet seine Herrschaft gerade in eine sehr instabilen Welt mit den Geringsten auf. Amen.